so leute ich hatte euch willkommen wir starten jetzt mal eine kampagne aber wir dürfen eine spielen und zwar alliierte invasion und zwar auf der seite der deutschen perfekt hier hin das menü erinnert mich sehr an mint blitzkrieg hier das erinnert mich sehr daran ja krass okay haben es doch ein bisschen was abgeguckt captain colt's here you'll be following me into a counterattack today the tommy's a breach the atlantic wall and pushed through the beach defenses forcing our men back past this village our enemies cannot be allowed to remain in normandy much less that village we will drive back the tommy's by recapturing these key points it has already been a day of unacceptable losses for the fatherland we must make sure the tide turns here okay wir gucken mal also wir schicken mal ein panzer in diese richtung i want our men from the beach to get back in the fight to the stranded and scattered across the village and need our help as much as we need theirs let's get to them okay wir können die truppen hier übernehmen okay das ist eigentlich schlecht dann gehst du mal noch hier das ist hier hinten safe moment dann schicke ich mal das müsste doch gehen oder das müssen wir nachher irgendwie dann wieder weg kriegen ja müssen wir nachher entfernen hier okay die kann man nicht einfach ausrichten wie die panzer so die kann man nicht einfach ausrichten wie die panzer aber hier hinten am haus okay das heißt mit dem panzer schnell dahin dass wir hier diese einheiten holen können an der flanke ja der steht total offen ich glaube nicht dass die das lange überleben also ein guter kill hier geht in den wald boah hat ihn fast gekillt aber trotzdem hat er eben zwei weg gehämmert die gehen hin das auto hier und das heißt ja die sind jetzt vom aßen hat sie gekillt ja hat sie gekillt hat sie gekillt muss man mal gucken ob es zu fähigkeiten geht wo man in den häusern besser ist und die überlegen wäre hier so ein sturmangriff the enemy have seized our fuel reserves this is unacceptable i'd rather see them burn than have them in Tommy hands either shell them from a distance and watch the fireworks or get in there and get your hands dirty okay ohja, machen wir das doch, oder? da muss ich da nicht hinhetzen oder so mal gucken, ob wir was treffen ohja, wir haben auf jeden Fall was getroffen das kann man schon mal sagen gut, dann der Panzer im I-Tempo hinten hin das ganze mal verwendung von dem Montage es ist wie das das ist die Kleiner MG-Kübel-Aufklärungswagen. Immer schön. Dann machen wir das nachher auch mit Artillerie. Hier sind die Abbringzeit. Vier Runden. Okay, das kann so bleiben. Ähm. Kann ich eigentlich mehrere Einheiten in ein Gebäude schicken? Ja, das geht. Cool. Ich kriege dich noch hier. So, jetzt müssen wir erstmal diese Fahrzeuge da rauskriegen. Ja, das passt. Okay, wunderbar. So, das Problem ja gelöst. Okay. Sehr riskant. Gerade wegen ihm hier auch. Warte mal, was hast du? Von hier nicht. Ja, das sehe ich. Moment mal. Wenn du von hier kannst, kannst du doch auch von hier, oder? Shit. Kannst du nicht. Hm. Okay, nächste Runde kriegen wir die hier. Die hier sind auf sich gestellt. Ja, die jetzt erstmal auch. Aber. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir sie gleich. Ja. Das habe ich halt einfach überschätzt, unterschätzt. Mal gucken, dass wir ganz schnell den Panzer da hinten uns holen, dass wir dann da was machen können. Und so einhalten, ja. Ja, der haut ihm die Deckung weg. Ja. Aber ich glaube, der hat sich auch jetzt gerade keinen Gefallen getan. Boah, der hat den zerlegt. Ich glaube, damit hat er nicht gerechnet. Ja, ich glaube, das war nicht so geplant von ihm. Mit Sicherheit nicht. Da ist die KI. Hat sie sich selber in die Falle gestellt. Oh, je, 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 je. Das ist böse, das sind böse Verluste. Das sind ganz böse Verluste. So, wunderbar. Das heißt... Könnte ich jetzt auch hier... Wir können aber, glaube ich, erstmal hier drauf. Wir können jetzt auch hier drauf. Okay. Okay. Das hier ist ziemlich gut gelaufen, muss man einfach sagen. Vielleicht für ihn, aber gut für uns. Ähm, die Einheit hier, ähm. Wohoohoo! Okay. Perfekt. So, dann können wir nämlich nochmal einmal hier drauf hämmern. Was ich nämlich... Naja, es sieht so krass aus, ne, wenn die da so fallen. Okay, und... Okay, und... Los gucken, okay, passt. Boah. Aber er hat's echt noch mit einem hier überlebt, ne, was schon... Das war's aber jetzt. Okay, lass mal auch mal hier so stehen. Okay, lass mal auch mal hier so stehen. So, der Formation hat geklappt. Vielleicht hier... Wir haben noch eine sogenannte Aux-Einheit. Das ist die hier. Jetzt ist halt die Frage, wer als erstes hier stirbt. Äh, ich denke, er wird's nicht schaffen. Ich glaub's nicht. Würde mich sehr überraschen, aber ich glaub's nicht so. Die Artillerie, die dauert noch drei Runden. Krass, die können aber auch da nicht mehr zurückschießen, ne. Bei manchen schießt dann nochmal der Gegner zurück, obwohl er gefallen ist. Hier ist es nicht so. Das ist auch sehr interessant. Overwatch. Scheiß, Gerhard hat's echt überlebt. Okay. Overwatch. Boah, das hat weh getoll. Das war ein böser Overwatch. Okay, ja. KI gibt's hier nichts mehr. Ja, auf das Feld. Das wird weh tun jetzt. Oh, er hat's überstanden. Nein, da ist es. So, Problem gelöst. Ähm, das hier machen wir mit Artillerie. Aber wir müssen natürlich mit der Infanterie nachher hier schon irgendwie rein. Wir richten den Panzer mal noch hier aus. Hm. Schwer zu sagen, was wir jetzt machen. Wir setzen dich mal hier hin. Das Mg schicke ich mal noch hier. Das Mg schicke ich mal noch hier. Ich kann's jetzt echt schlecht einschätzen. Ich seh halt nix. Klar kann hier was im Bunker sein, aber ähm, ich muss hier erstmal das Ding hier erledigen. Okay, das ist hier ein bisschen, äh, hört man vielleicht mit dem Panzer. Ja. Hier drauf. Ja, hab was erwischt. Ja. 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 Als, wo die gefunden haben, die kommt nicht umwellen. Ah, der hat das Haus verlassen Das ist eigentlich eine dumme Idee Aber ihr könnt das machen Das war eine gute Idee Na, solange der noch da ist, möchte ich es eigentlich nicht tun Aber er kommt ja eigentlich nicht da ran Das war eine gute Idee Okay, dass da einer drin ist, das hatte ich nicht auf dem Schirm Oder der ist gerade da reingegangen Das ist natürlich auch möglich Oh, 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 was macht der Okay, das ging aber noch gut Ist aber eine dumme Idee, sich vor den Panzer zu stellen, wenn es nicht klappt Na, das hat dich ja voll gelohnt für ihn, ne? Okay, also aufpassen Infanterie nah am Panzer, keine gute Idee Na, erstmal hier, weil ich nicht weiß, wie der mich da sieht Nein, der konnte das Naja, die ist anders da machen Immerhin, er hat es echt überlebt Das muss man belassen Hä? Oh, du bist dann Na, das war jetzt dumm Ich hab mich verdrückt Na ja, das war dumm Ich hab mich verdrückt Das könnte jetzt echt problematisch werden Ich hab mich verdrückt Solltest du hier Und du solltest noch hier Gut, geht auch Äh, glaub nicht immer so, wie ich sein soll Okay, der Panzer Gehen wir mal noch hier Hier scheint nichts zu sein Okay So, jetzt muss ich kurz was anderes tun Warum habe ich das, wenn ich mich schnell bewege? So, jetzt checken Wo ist es? Moment, ich hab's gleich Ich hoffe es auf jeden Fall Guck mal, ob es da dran liegt Muss ich jetzt Muss ich mal gucken Ich muss mal gucken Ob das in der Tür halt auch so Da ist doch mal Ja, das war ein Fehler Da hab ich Da hab ich die falsche Einheit gewählt Das ist ärgerlich Wow, hat der mir ein Panzer Schaden zugefügt? Ja, das hat doch Okay Boah Ja, die Kühe waren halt nicht voll aus Das muss man jetzt mal leider feststellen Aber die Artlogie ist fertig Wunderbar Moment, um das zu wichtig Hm, warum ist das so komisch? Moment Hier Ja Na, vielleicht liegt's auch nur an dem Spieler Das ist natürlich auch die Möglichkeit Trotz des Fehlers Jetzt hab ich echt keine großen Verluste erlitten Wow, da hinten steht auch einer Weißt du was, das machen wir jetzt hier Alle vier Runden Kostet auch nichts, ne? Ne Halt, nur Abklingzeit Ach gut Jetzt ok so dann ja ja machen wir das ok ich würde sagen wir gehen jetzt mit dem Panzer noch hier ja 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 die bleiben hier erstmal ja ja und dass hier einer aufgetaucht ist das ist natürlich übel das muss noch was gucken ich bewege mich jetzt schnell ne jetzt nix ist alles ok dann liegt das da irgendwie an dem spiel wo dann so komisch da agiert ja müssen wir mal gucken ok ja ja es hängt dann sicher ja 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 also hier muss eine einlad auf jeden fall rein vielleicht am besten die hier das sind erst mal hierhin oha noch mal eine andere Seite haben dass der da jetzt durchkommt ist jetzt unwahrscheinlich der ist da hinten der zieht den ja auch nicht ne nicht wirklich ok 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 ja wenn hier was kommt könnt ihr das hier gut abdecken ja das passt und du mal hier raus habe ich alle ausgeladen eigentlich ja habe ich okay 50 normal also ihn hätte ich gerne hier drin wir gehen in die Bunga ok ah shit steht ja komplett davor wahnsinn aber Bunga ist schon gut es ist schon richtig gut es ist schon 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 gut naja Bumke anzugreifen bringt nichts, nicht wirklich. Okay, lassen wir den erstmal hier so. Das Problem ist hier hinten ebenfalls. So, das Problem wäre gelöst. So, das Problem wäre gelöst. So, das Problem wäre gelöst. Das ist jetzt halt schwer zu sagen, auf was wir uns jetzt hier ausrichten. Das machen wir mal so. So, der deckt ihr hier auch noch ab. Kommst mal noch hier. Hier hin. Kommst hier hin. Das ist jetzt hier echt ein Problem, weil ich hier jetzt nicht rankomme, richtig. Okay. Oh, jetzt geht aber besser als Schmerz. Ja. Das hat ein bisschen gehung, aber jetzt ist das. Overwatch. Nächster Overwatch. Genau. Aber jetzt geht's. Der kommt jetzt raus. Junge, Junge, was hier alles los ist. Hier eine Einheit rein. Das wäre eine Überlegung. Oh, Flammen. Lass uns das doch mal machen. Boah, genial. Sehr gut. Okay, hatte ich jetzt ein bisschen mehr erhofft. Okay, die Flammenwerber sind schon gut. Aber die brauchen Reichweite, also die brauchen Bewegung. Das war ein böser Kill. Ja. Ich schicke dich mal nach hier. Hm, weil, wenn ich den da sehe... Ich schicke dich mal nach hier. Ne, mach mal hier. Mach mal hier so. Ja, das passt. Ich infanziere hier rein, ja. Dann wird das sicher gleich interessant, was er hier vorhat. Wie ist denn da? Ich schicke dich mal nicht. Oh, ähm... Gut. Wir müssen behalten, was wir haben. Unterstützung wird bald hier sein. Tommy Tanks kommen nach shore. Sie werden uns verbrüllen, wenn wir sie nicht erst zuerst zerstören. Da habe ich ein bisschen Angst, sage ich ganz ehrlich. Deswegen schicke ich dich mal noch hier. Also, zwei Ziele, fünf Runden lang halten. Okay. Gut. Ja, das mit der Bewegung geht langsam. Da muss ich ein bisschen umaktieren, wie das ist halt auch so. Aber, wow. Das ist schon richtig, richtig gut gemacht hier. Ja, macht schon richtig Bock. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Und dann kümmern wir uns hier um die nächste Mission. Da passt es schon ein bisschen lang. Beim nächsten Mal geht es hier weiter. Ich bedanke mich für's. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Vielen Dank.